Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Heute mache ich das Gruß-Video und wir starten einfach mal und schauen, wer gerne gegrüßt werden möchte. Und ja, fangen wir einfach mal direkt an, weil wenn ich mich jetzt aufrege, weil es gab ein paar Vorfälle wieder, dann ist mein ganzer Tag komplett im Eimer. Deswegen grüße ich einfach hier und ich hoffe, euch freut's natürlich, ne? Also, ich grüße hiermit einmal erst die Annalena Meissner. Herzliche Grüße und danke für deine Unterstützung. Dann grüße ich einmal... Ähm... Moment! Dann grüße ich einmal... Ähm, einmal die Astra. Genau, einmal die Astra. Ich grüße dich hiermit. Ganz, 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 ganz lieb. Dann grüße ich... haben wir auch schon. Genau. Dann grüße ich einmal... haben wir auch... brechen. Ja, dann habe ich noch eine Annalena und zwar Annalena Ney. Ich grüße dich hiermit. Dann grüße ich... Dann grüße ich... Meine liebe, 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 liebe Bekannte natürlich. Sie hat sich gestern schon begrüßt. Und zwar meine liebe Felicia. Und ähm... ich soll mal gerne eine... also zwei besondere Menschen in ihrem Leben grüßen. Und zwar einmal die... Maria und die Tina. Schöne, schöne Grüße, ihr beiden. Und ganz, 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 ganz viele... viele, äh... Umarmungen natürlich. Auch natürlich an alle diejenigen, die mich unterstützen natürlich. So. Dann einmal... Ähm... Dann einmal die... Liebe... Ähm... Ach so. Dann einmal eine YouTuberin, die heißt... oder der heißt It's Me. Und ich soll einmal die liebe Bernie grüßen. Ja. Ja. Ich grüße dich hiermit ganz lieb und danke für dein Vertrauen und Unterstützung. Genau. Ja. Dann... Haben wir das auch schon. So. Dann einmal... Ja. Dann habe ich einmal ein Gruß. Und zwar von der liebe... Chilla Nel... Jinn. Chilla Nel... Jinn. Ähm... Auf Instagram. Und zwar... Soll ich ihre beiden Schwestern Dylan und Nadja grüßen. Ich grüße euch hiermit ganz, 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 ganz dolle. So. Dann... Genau. Die habe ich schon einmal... Auch schon. Dann... Ja, genau. Dann habe ich einmal eine Gruß und zwar... Ja, genau. Dann grüße ich hiermit die liebe Marie. Und ähm... Sie, mein... Sie, die liebe, hat nämlich Geburtstag und ich grüße und grüße dich natürlich. Und alles alles liebe und gute zum Geburtstag und Feier schön. Und ähm... Ich hoffe, du hast nicht so lange Schule oder musst... Lange arbeiten. Äh... Und vererst dann ein bisschen mit deiner Familie, mit deinen Freunden und kriegst ganz, ganz viele Geschenke und... Ja. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, wir können zusammen quasi noch eine schöne Community werden. Genau. So. Dann hat... Ich weiß ja nicht, ob ich sie jetzt gegrüßt habe, aber ich schicke nochmal liebe, liebe Grüße von Michelle und von... Ja. Und von... Ja, Michelle. Genau. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen hier erwähnen kann... Äh... Äh... Ja... Auf jeden Fall grüße ich Michelle. Ich hoffe, diejenige weiß, wer auch gemeint ist. Dann einmal Lara Bernhard. Habe ich sie schon gegrüßt? Ich weiß das nicht genau. Also trotzdem nochmal schöne Grüße. Ja. Dann... Ja. Dann war's das. Genau. Dann war's das mit meinen Grüßen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen und ich bedanke mich für eine genannte Community bei den einen oder anderen. Und ähm... Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüüüß! Vielen Dank.